Die zu veräußernde neue 4-Zimmer-Penthaus-Wohnung befindet sich in Walluf. 2015 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon und zwei Parkplätze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wohnfläche der Penthouse-Wohnung liegt bei ca. 144 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 439.000 Euro. KP International beantwortet gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017